Ich bin schon lange politisch aktiv. Als 19-Jährige war ich die damals jüngste Bundestagsabgeordnete. Dann habe ich im Ausland gelebt, zuletzt als Juniorprofessorin Demokratien erforscht. Jetzt möchte ich wieder anpacken, denn bereits heute bringt die Klimakrise unsere Welt krass durcheinander. Wir brauchen jetzt konsequenten Klimaschutz. So sichern wir Freiheit, Wohlstand und Lebensqualität für uns und für unsere Kinder. Dafür brauchen wir Innovation, Mut zur Veränderung und Unterstützung – vor allem für die mit geringem Einkommen. Klar ist, wir nehmen alle mit in eine klimaneutrale Zukunft. Mein Name ist Anna Lührmann. Ich Wohlstand und Wohlstand und Wohlstand und Wohlstand.